Das ist 10 Uhr, Leute. Damn. Wie viele sind da aktuell draufgegangen? Oh, eine Menge. Alter, da bin ich doch gerade reingekommen. Oh. Nehmen wir die. Da kann man nicht wegen einem so einen Aufstand machen. Ja, da gebe ich dir recht. Ja, da gebe ich dir recht. Collateral Damage. Wir beeilen uns mal ein bisschen, ne? Ja, ich finde sie. Hätte sich die Flasche ja auch in den Socken stecken können für den Notfall. Jawohl. Oh Gott. Festhaltern. Oh, und los, Digga. Hoffentlich löst ich das noch auf, was für ein Vieh das ist. Das würde mich schon interessieren. Könnte auch eine Szene aus Sea of Thieves sein. Oh, oh, oh. Okay. Komm, jetzt haben wir es aber gleich, oder? Der fette Seestern aus Super Spot. Ja, 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 genau. Hey. Okay. Huh. Easy. Okay, okay, okay. So. Ich kann nicht rennen. Schade. Schalter nur im Notfall betätigen. Steuerpulte der Säulen, Zugwinden, vor dem Betätigen der Schalter deaktivieren. Schalter nur betätigen, wenn sich kein Personal in den Ponton-Bereichen aufhält. Geile Maus auf jeden Fall. Ich hab was gehört. Oh ja, süße. Roppa. Nicht nur du. Roppa. Ah, da ist ein Telefon. Das Tastenfeld. Hab ich auch noch nicht gesehen. Ich bin nicht alleine. F***. Ist das der Mann, Rennick? Nein, nein, nein. Jesus. Jesus. Es ist Roppa. Er ist alles verabschiedet. Kas, hör auf mich. Wir müssen es zusammenhalten. Okay, sag mir, was zu tun. Es sind nur zwei Schalter. Du musst ihn finden. Erst, find ein Ballast-Operations-Panel. Ballast-Steuerung? Kann ich das Telefon mitnehmen? Kabel lang genug? Nee. Okay. Ballast-Steuerung? Äh. Sind denn noch mehr Knöpfe? Was ist denn hier eigentlich drin? Hallo. Okay, das ist wahrscheinlich der Ausgang. Okay, das war nicht die Ballast-Steuerung. Hier. Warum ist es lockt? F***. Schlüssel. Ich hab das Gefühl, der hat den Schlüssel. Verdammt. Okay. Okay. Es ist lockt. Oh, scheiße. Hey, da ist ein Schlüssel. Mehr gute fucking News. Ihr habt ihn sogar in der Hand. Es ist alles gut, pal. Hier wir gehen. Ich werde jetzt nachher schauen. Okay? Halt die Klappe. Ich hab hier zu arbeiten. Was ist nächstes? Bist du den vorderen Motor? Bis zum letzten von deinem Tropfen. Die Pontoons sind all ready. Fuck full of oil and gas. This might push it all up to the deck. We don't have a choice. The whole rig could tip over. Flooding that pontoon will at least give us a fighting chance. What about Brodie? Is he no down there? He'll be out in there by now. He's done his part. We just have to deal with it. We just have to deal with it. Alright. He's coming from me. Okay. I keep him away. What was that? It's Roper. Never mind him. Flooding the forward pontoon. Hey, hang on. Okay. Den vorderen. Stand hier aber nicht drauf, ne? Port. Forward. Ah ja. Steuerbord. After. Forward. Feuer. Ja. Back to Finley. Ja. Und jetzt kommt der. Knillig. Dann muss ich da raus wahrscheinlich. Alright. That's done. Now what? That's it. Come on. Come on. Come on. Water. It's moving. No. Did it work? Okay. Aye. Hey. No sir. Hope it's after all. Thank Christ. Finally. What now? Brody's got a plan. Meet us in drill ops as soon as you can. Okay. I'll meet us there. We're gonna be alright, cuz. I fucking hope so. Okay. Let's go. Let's go. Oh, it was so clear. Okay. Okay. Jesus. Jesus. We'll go right back. You'll go right here. What the fuck is this? We're going right here. Oh, hell. Come on. What is listening to my mind? Drew loves We'll go ahead ahead. Oh! At least the fire rigtraos. Did I really? Ich denk schon. Easy. Oh oh, ich hör was. Komm, geh weiter, geh weiter. Warum läuft das so langsam? Ach, wir gewässern. Komm. Oh oh. Oh oh. Komm, geh da raus. Geht nicht. Weiter. Bin ich so auf dem richtigen Weg oder schwimme ich grad wieder zurück? Nö, ist okay. Können wir hier nochmal Luft holen? Nein. Moin. Okay. Exit. Exit ist gut. Und schneller, schneller. Was denn jetzt noch? Oh Gott. So f***ing lang. Was denn jetzt noch? Oh Gott. Ich hab's eilig. Schnell. Schösch. 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 Okay. Jesus. Oh, noch mehr Wasser. Spannend, ne? So langsam. Spannend, ne? So langsam. Und zwar so klar. What the hell? Jesus, don't think about it, don't think about it. So, raus hier, Alter, raus hier. Okay. Also, wie rennen sieht das jetzt nicht unbedingt aus? Aber ich drücke es. Weg. Alter, komm. Das schaffen wir auch noch. Ja, war schon anders. So, komm. Musst du immer die Taschlampe ausmachen? Finley ist nicht mehr Finley. Hallo. Ja? Neiman? Ja, Netzkabel war voll im Zucken. Oh. 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 Anna will versuchen seit 5 Stunden von der Porense runterzukommen. Den Tipp kann man sparen. Nein. Nein, du wirst. Du wirst nicht mehr halbwäge mit mir. Du wirst nicht mehr halbwäge mit mir. Die leggeklappt in der Gas. Es ist nicht möglich. Du hast deine Divegear? Aye. So, du kannst das? Aber es ist oil, Kaz. Ich kann nichts tun. Ich kann nicht sagen. Ich wusste die risks als ich hierher kam. Fuck. Wie kann ich dich auch? Ich bin gut, Kaz. Ich bin schon wieder zurückgegangen. Hast du immer gesehen, Wasser? Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Alles ist gut. Das ist gut. Das ist schön. Du wirst. Always. Boah, schön aussehe, ja? Kann man den Hörer nicht aufs Telefon legen? Ah ja, okay. Hörst du auf in den Feuer? Ich bin... Ich bin... Ich bin in den Hörer. Ich bin fucking... Fandler. No, ich bin zurück! Fandler!